Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ich hab mal kurz Maxim gemutet, weil der ist noch am Kotschi-Quatschi mit dem Geburtseskick. Keiler, eh, Kuschinski. Ähm, wir spielen natürlich wieder 2 vs. 2, Jarvan und Shako. Shako einer der coolsten Picks und jetzt entmute ich wieder. Ja, das hat Law ja immer gefehlt, weil sonst hast du eine Stunde... Du bist gefesselt für eine halbe Stunde. Ja, ja. Plus Q-Time. Kannst du nochmal auf den Desktop gehen? Ich trau mich nicht, weil dann wird es zu klein. Ja, weil die Icons waren so klein. Nein, die waren nicht klein, du nix. Ja. Die wollten schon average, man. Gut, ich lass euch mal machen. Ja. Danke, Johnny, war schön, ich hab's gehört und viel Spaß. Jo, ich danke dir auch, man. Wir hören uns nachher. So, Johnny, bist du da? Ich bin die ganze Zeit da. Geil, also EQ. Was ist der Plan? So, wo ist denn deine nächste Trap? Ey, ich bin bei Kudos. Oh mein Gott. Fuck the killing. Wir lassen erstmal hier rein locken. Dann... Der hat Steinmann genommen. Steinmann ist schon geil. Ich hab alle drei bekommen. Dann Donnerstanz. Kannst du nochmal? Da sind noch Traps. Fangen wir mal von vorne an. Oh, man könnte jetzt sein, sein ähnliches sich ins Feuer geworfen. Alter, Maxim. Please start. Was denn? Ich kann nicht anders. Oh fuck, EQ war so mittelmäßig eher. Oh mein Gott. Nein, ich wurde gesetzt. Und jetzt, Johnny, das Fiat Comeback. Jump zur Pflanze. Ich glaub, du heizt dich schneller als du. Oh. Das Markovsche Flash. Okay, das tut mir leid. Das war ein kleiner Trap-Fail von mir. Wurde aber auch abgelenkt. Ja, 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 ja. Wüsste gar nicht, ich wusste nicht, dass es Kalle Geburtstag gab. Ich hab alle heute Morgen einen Sprachen nicht da gelassen. Ich dachte, du trollst die ganze Zeit. Nicht troll, wirklich nicht. Bis ich realisiert hab, er weiß es wirklich nicht. Ich bin wirklich dumm. Dann dachte ich nicht. Du würdest mal was singen für mich. Ja, das hat mich richtig irritiert. Weil ich hab auch dreimal Backstreet Boys probiert. Das klappt normalerweise bei Kalle sehr gut. War dann doch eher so mittel. Hätte ich das Kalle noch gewinnen können? Ich wäre ja eigentlich nicht sicher. Irgendwie ist einer meiner Trips ist nicht durchgekommen, ne? Ein bisschen lung. Okay. Was ist das da? Das ist der Lies. Ist der Lies? Die spinne spannend aus. Wir haben eine weniger, ne? Das ist aber nicht schlimm, ist ja nur ein Schild. So. Also wenn der erste hier reingeht, ist die GG, würde ich sagen. Okay, das ist jetzt schwierig. Das ist krass. So. Mhm. 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 Okay, also. Ja, da wollte ich hin. Das ist actually gar nicht schlecht gewesen. So, da ist eine Pflanze, die würde ich jetzt nehmen wollen. Okay. Da ist eine Trap. Jetzt gerade den Taube gezündet, um sie zu kriegen. Ja. Ich wusste nicht, was sie hier noch für einen Skate Shut up fahren will. Also, die müssen ja hier rum fahren. Die spielen halt auch schwer, ne? Wir müssen da hoch. Warte mal. Wir müssen, wir versuchen ihn. Ist okay? Mhm. Ich würde wenigstens 350 Euro mal kriegen. Hm. Ich meine, es war am Anfang immer schwer mit Schackmann auf. Also, man Skate hat. Ja, Javan. Javan ist ähnlich. Ne, nicht ganz, weil ich werde ja stark. Ja. Ich auch. Wirklich? Johnny. Also, diese purem Zweifel. Ne, ich frage ja nur aus reinem Interesse. Javan habe ich bisher 100% Winduit. Reicht dir das? Wirklich? Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, ich, ich gehe diesmal die Puder Reduction. Wirklich Puderdown. Wirklich? Ist so. Oh, was ist das da? Kaiser Garen. Kaiser ist, glaube ich, einer der kurz nebst ist. Okay. Euhm. War nur mit Pflanze fight. Äh, oh. Ja, ist mein Kuhnkopf nicht durch. Kannste auch mal. So. Ich warte bei der nächste Combo ab. Okay. Ja, 4 ist drauf Was ist das gewesen? Was war das letzte jetzt? Hat die gerade Fuck me gesagt? Doch für mich, ne? Allein fuck me? Geht da rein, bitch Woran sterbe ich da? Ich auch, ich bin auch irritiert Das war so ein Witzel, 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 Witzel Das war einfach terrible gespielt von mir Holy shit Okay, also ab jetzt sind wir stronger Wir haben auch nur noch 14 HP Aber ist machbar Wir sind jetzt genau in unserer stärksten Phase Was baust du denn? Ich baue jetzt Gordrinker Gordrinker und dann werde ich immer stärker Ja, okay Also ich bin jetzt, glaube ich So im God Mode Ja, du hast jetzt Leandries Du hast jetzt gewonnen Ja Aber wir müssen das auch gut spielen Den Win Oh, da ist jemand der FK Das ist auch eine gute Ah, okay, doch nicht Na gut Wollen wir denn irgendeine Pflanze haben? Die ist schon mal tot Die machen meine ganzen Pflanzen kaputt Ich fack den mal ab Okay Das ist jetzt meine Okay, ich hab's ja abgepackt Okay, sie hat keine Wut mehr Und full 4 Okay, das war super süß So Turbos Das seien der Damager Hütte sich schon Ah, das ist einfach nicht Das Stern Gutsch Das hat den ja noch Ist das so psychisch Das Tod ist Damage Ich seh das Und mir ist einfach doch schlecht So All your attacks Applied an infinitely stacking Burn Great Some of your health Nee Nee Teamate helfen Das wäre ja extrem dumm So Wenn ich meine, die Schäco-Helben sind Glücklich Aber nicht Du Ich schaue 60 Ability Ist Den König Das ist ja cool gewesen Aber ich habe Ich habe Dark Harvest Und First But But Ist Dein Plan Glaube ich Im Kreis Der nächste Kombo Oh shit Ist ja gar nicht Was Gebe ich noch? Nee Wait Was ist das? Und stirbt dein Klon nicht Kannst du ihn bitte das sterben lernen Boah, der Troy hatte Das übelste Sonne Nein Boah, der Troy hatte das Tod Wieso kann er alles sehen? Warte mal, er hat noch einmal Das gesprüht Ja, ich habe gedacht, das würde es Werf da war War schon Oder sieht man dann die Fallen Wenn du tot bist Naja, das kann sein Gut Jetzt kommt meine starke Pfad Der lebt bestimmt Der hat keinen Ping Ist das so? Kann man sehen, wie viel Ping der andere macht? Nee, aber Ja Später war schon sehr gut Ich habe schon smooth, ne? Kann auch einfach besser Später sein als ich So ganz Erließ ist hier das übelste Aufbau für uns Aber ich würde ja einfach chillen Also wenn ich hier sexuell Ghost Dann habe ich nur sagen Ja, dann nimm doch mal die Oh, er hat long range Jetzt verstehe ich Er hat mein Die King Ja Aber jetzt wird es ja ungemütlich Ich werde mal bei der Ult ein Das ist ja brilliant Oh mein Gott Ich habe jetzt nicht ganz an den Rand Ich habe gedacht Das bist du Hast du das? So Er ist gut für uns Wir machen Das ist auf jeden Fall Sehr witzig Da bin ich ganz bei dir Der wächst Das ist doch TFC Keine Ahnung Ja, ich kann halt auch nicht so lange Ich bin jetzt bis 13 Uhr noch oder so Nach, wo ist das Leib? Ah, das ist schon Heimholz Hm Also ich habe jetzt 350 extra Gold Gains Weißt du, wer das ist der? Siehst du den? Samira? Korrekt Ich habe früh gesehen Aber mein Klon ist noch da Okay Ich halte mal den hier so lange es geht Weil der ist mehr Armut Ja Da bin ich doch immer noch an deiner Seite Einfach Ich wollte das Q gar nicht so cool machen Aber Javan Hat die Standarte einfach forever da reingepickt So Cooldown Reduction Ich glaube Sonias ist für mich tatsächlich insane Boah, kann ich noch mit die Stacking gehen? Ja, solange wir die Samira mitbekommen, sind wir legendär, Leute So habe ich Stopwatch dann auch Die Gold von der Nur die Kaiser geht mir hart auf den Sack Weil sie immer raus holten kann, dass meine Gold Und das ist leider immer ungeil Ich würde hier einfach so nirgends gehen, ne? Das ist nichts Oh Mann, der stattet immer bei uns Aber die Kleinen und Großen sind ja genau gleich Oh mein Gott Das hat auf jeden Fall etwas mit Schmerzen zu tun, was hier passiert ist Ja Okay Was hat er da getan? Er ist durch Wände gegangen Aber auf der anderen Seite war auch ein Trapp also Hier habe ich meinen F Ich habe leider meinen F verfehlt schon Es tut mir sehr leid Was? Ich habe jetzt einen Sonias Das wäre jetzt ziemlich gut gewesen Und jetzt gilt ja auch für dich Es kann nicht wahr sein Ich das jedes Mal verliere Oh shit Nichts stirbt, ja Na gut Ich glaube, das haben wir Wir sind alle sehr low Wir verlieren gegen die, die auch gegen Elise und so verlieren Elise klatschen wir doch das Tode Okay Komm, ich nehme das slow mit rein Ich wollte gerade sagen, wir sind getätet jetzt Na gut Also wir sind auf jeden Fall schon mal Zweiter dadurch mathematisch, oder? Ich habe nicht geguckt, wie viele die anderen haben Also Elise und Uli haben echt wenig Chance gegen Aber ich mache dem Uli auch einfach 200 Millionen Schaden Die Frage ist halt, wie kommt Wie schaffen die die Ja, jetzt wird es unangenehm Die hat den einfach aufgegessen Was? Wenn man bis jetzt einfach luck ging Ja, soll ich ein bisschen mehr holen? Ne, na Was ist im mehr? So, aber dann ist slow ja wahrscheinlich gar nicht so gut, ne? Also das letzte Mal sind die uns aber auch wirklich sehr dumm hinterher gerannt Ja Die sind ja auch sehr dumm Ja, ich fühle Also ich glaube, ich nehme eine Tamas einfach 20% reduced Krasser geht es doch nicht Nicht, nicht normale Potsits Na gut Ich nehme schon mal einen Hut geholt Ich glaube, der Magic Damage von ihr nervt Ich glaube, du musst mir einfach Zeit geben, ne? Weil wenn ich, wenn wir hier mit 6, 7 Traps spielen Ich finde es sehr schwer Ich habe dir jetzt Stunt wegen Ich bin noch da Hier passieren irgendwelche Sachen Kann ich vielleicht Ich bin einfach perfekt gestunt Scheiße Ich bin mir sehr sicher, dass ich die umgeklatscht habe Aber U dir mit extra Range Bin ich ehrlich Das schaffst Johnny, ne? Das ist natürlich sick So viel Range Ja Also das Range Upgrade ist für Brawler übel Also das Ich fand schon irgendwas zu zählt Und dann hat der U dir einfach Also meine Seele aus diesem Körper rausgeprügelt, ne? Ja, ja, ja So hat er mich auch gekriegt Ja, ich bin so gefühlt wie bei Naruto Aber ich muss dir sagen Habe ich mit Javan wieder Elo gemacht? Das zählt als Win Na gut Ja, ich habe es wieder nicht geschafft Mit Shaco zu gewinnen, ne? Ich schaffe es irgendwie Man müsste ein bisschen besser sein letztlich Aber es hat euch hoffentlich trotzdem gefällt Ja, peace